Herzlich Willkommen bei der Booboy und wir kämpfen uns langsam hier durch durch Route 118 denn da müssen wir irgendwo dahinter gehen und dann müssen wir dort und dann auf einmal und plupp und alle sind tot Hallo Der Dörf von Bloom ist eine magische Ist mir egal man, ich töte dich trotzdem Ja, wir müssen irgendwo mit einem Surfer dann durchsurfen Puh, Alter Mir ist grad irgendwie Irgendwie Oh, muss ich irgendwie aufsäufzen Wie so ein Irrer Von einem auf einen anderen Moment Aber, es sind immer noch 130 Grad in meinem Zimmer Ist nicht übertrieben Alter, die sind nur Level 16 Richtig Bobby Das sind alles 3-Kills Ah, ich wollte nur den Level abhaben, das war's Aber echt, das los sich gar nicht Welcher Energiefokus brauche ich nicht Ich bebrauch das schon Ähm, das los sich gar nicht zu kämpfen Die sind ja echt in Level 18 oder so Was sollen das Da ist ja nur Climb Shit Wir wollen weiter Komm schon, geh mal weg Auch wieder One-Hit Flop Das ist ja effektiv, ja das hoffe ich ja Leg auf Halt Irgendwas Du meine Güte, ich hab wohl verloren Und da Entwickelt sich Legov Endlich weiter Okay, mal sehen, mal sehen Oh 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 Alter Ein Low Cock Cock Okay, sorry Damit haben wir jetzt das ultimative Krasse Feuerfeger Kampfparty LP Pokemon Feuerfeger vergessen Äh, ne, lernen, ja Feuerfeger ist eine Ultrastärke Attacke Schnabel oder Kratze Stärke 35 Stärke 40 Ach egal, ich verliere dann mal Schnabel, hab ich eh Macht eh nie gut Schaden Schnabel hat mich noch nie gerettet Und jetzt haben wir Feuerfeger Feuerfeger haut rein Leute Feuerfeger, wow So Hier ist dann, ist hier schon das Meer Wasser ist tiefblau Äh, ich bin gerade verwirrt Ah, ich muss Surfer lernen, genau das war's Ähm, na, 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 na Surfer Einsetzen Äh, Mac Anger Glückwunsch, du darfst Surfer lernen, lieber Mac Anger Welcher Attacke soll vergessen werden? Alle haben das Äh, ba, ba Mogelhieb Mogelhieb nervt mich So, damit können wir endlich Endlich surfen bei Ja 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 Ey Ha Weißt du, was auch immer es ist? Oh Nur so ein Pilipa, Alter Das brauch ich nicht Ich hab nen Flug-Pokémon Will dich nicht Äh Die klauen meinen Job Muss ich jetzt lang Kann ich mal auf die Karte gucken? Ach, egal Alter Das war ein krasser Weg Ja, schau her, ich erinnere mich an dich Gut, ich werde den ganzen Kampf vorfüllen Stimmt, wir haben dich schon mal getroffen, ne? Die Reporter verfolgen mich Alter Pia und Udo, die alten Säcke Ist doch noch so warm Ha, 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 ha Legov und Mick Angel So, Legov als erstes mal Feuerfeger Schön gegen äh, Dingsbums Und dann einmal Surfer gegen alle sogar Verdammt, ich mach mir selber Schaden mit Surfer, ne? Dammit Hab ich eventuell vergessen, dass ich mir selber Schaden mache? Hat keiner gesehen Anubis erreicht, Level 32 Glückwunsch Anubis Item Sperre lernen Ah, ne Oh, ne Sehr effektiv gegen Legov Das freut mich Hab mich sehr gefreut, dass ich mir selber so viel Schaden gemacht hab Ach, ich hab das voll vergessen, dass das Dass ich mir selber damit Schaden mache Tut mir echt leid Passiert Fehler sind menschlich, man Und tot Damit haben wir es geschafft So, noch ein Level up, nein Pia und Udo wurden besiegt Das war ein intensiver Kampf Das, äh, muss ich auch sagen Tod Weißt du noch, was du in unserem letzten Kampf gesagt hast? Wir hören uns doch ganz genau daran Tod Ja, klar Wirklich, großartig Danke Also, könntest du bitte mit einem Wort ausdrücken, was nach dem Kampf in dir vorgeht Tod Immer noch Tod Oh ja, perfekt Nur immer Tod Ich verarsch die Ich verarsch die Ich hab ja ein Fahrrad Oh Ich hab kein Fahrrad mehr Wer ist das denn? Hallo, lange nicht gesehen Ihr seid doch in der Granit-Hülle begegnet Nicht wahr? Wartet gleich, ich komme drauf, du bist bist der Morgen Schön dich zu sehen Sag mal, Mr. Morgan Wie du weißt, leben wir in einer großen Welt Auf der Vielfalt von Pokémon Als Trainer kann man entweder Pokémon verschiedener Typen trainieren Oder Typen spezieren Was liegt da als Trainer mehr? Oh ja, sorry, der redet so Ich weiß die alten Stürme nicht mehr Naja, nicht, dass mich groß was angelt Aber ich finde dich nicht gerade geil Hallo Tschua Hm? Hallo, hallo, hallo Bist du nicht ein legendäres Pokémon? Natias Tschua Was willst du uns sagen? Sollen wir auf deinen Rücken aufspringen? Mr. Morgan, komm mit Ich glaube, Latius bittet uns um unsere Hilfe Also dann los geht's Tschua Okay, ich helfe doch gerne Amen Pokémon So schön Da wären wir Wo sind wir denn? Vielen Dank, Latios Hau rein, Digga Ich fange dich noch Wenn man über das geht Was für ein seltsames Gefühl Angst wäre das falsche Volk dafür Aber ich will mich aus irgendeinem Grund verunsichert Und Mega Entwicklung Jetzt Um die Mega Entwicklung Ich fahr Fahrrad Ideen Er und Sie sind und alt Ideen, die Erinnerung verblasst, versuchen sie im Herzen zu halten Hallo Ah Latias Welch eine umwerfende Erscheinung Wäre dieses Pokémon ein Stein, dann wäre es wohl ein Sonnenstein Oder warte, ein Funkelstein beschreibt es ein strahlende Schönheit noch viel besser Ich schlieb selbst den edlenen Stahl-Pokémon ist nichts nach Oh Bist du doch Tino-Mittler von Team Aqua Ich werde verrückt Was habe ich hier zu suchen? Was habt ihr hier zu suchen? Ich werde nicht mehr Kommandant Wolfgang Lass das Kind vor einem reden Das Bike, das ständig in die Quere kommt Aber wer ist dieser Lackaffe? Wow, awow Ich bin nicht zu haten hier Ich bin Wolfgang Und ein Vorstellungsmitglied von Team Aqua Ich bin hier um mit Latias das Pokémon hinter euch unter den Nagel zu reißen Ach Wolfgang, man Ich mag immer seine Pläne mit Gewalt durchsetzen Ihr habt die Wahl Ich nehme euch brav Platz oder ich mache Handkantenschlag Wir rücken nicht vom Fleck Genau, diese Antwort wollte ich hören Du kannst auf meine Hilfe zählen Wir müssen Latias vor diesem Schurken beschützen Okay Beef Und Beef hier Team Aqua Rüppel und Aqua Vorstand Wolfgang Der Wolfgang Auch wieder ein Tohaido, Alter Gut Oh, wo ist der denn da? Ein Methang, Alter Musst ihr euch über Träumen? Ein Slimer Au So So, erstmal Feuerfinger gegen Slimer Handkantenschlag einmal weg Der hatte gar keine Chance, der Abe-Band Hat keine Wirkung auf Tohaido Fängt ja gut an Doppelkick Tohaido Ein AP Als ob Hecker Ach man, was ist das denn? Na Ah Make-In-Jarate Level 34 Immerhin Wir bekommen jetzt alle hier ein Level ab Außer mein, äh Pokémon Das eigentlich kämpfen sollte Tja Easy direkt, oder? Aber so, die geben uns danach mal cool Ich steh mir vor, die wieder stehen Die haben uns voll fertig gemacht 100er 200, 300, 400 Ja Gell Und Ogbord Du gefählst mir kleiner Ich geb zu Ich hab Schwäche für starktrainer Deshalb möchte ich dich küssen Alter was wollen die alle von mir? Ihr seid mindestens genauso im Po 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 sand Im Po Po Los du Schlaftabette Wir ziehen Leine Ro-Ro-Ro Tja Alles Rotscha. Mit Rotscha. Rotschützen. Uff. Das wäre bestimmt, Mr. Morgan. Ach ja, ich heile am besten mal dein Team. Danke. Hättest du Feuer machen können, oder? Dieses Pokémon trägt einen Megastein bei sich. Ohne dich wäre es sich an ihr hände gefallen. Da freut es sich. Ich bin sicher, Latif hat es inzwischen auch als Verstauungsgründer anerkannt. Wäre auch der Beste. Easy, legendäres Pokémon geschenkt bekommen. Was ist da los? Ja, möchtest du ihm einen Spitznamen geben? Gut. Gut, dass ich gerade keinen Namen verratet habe, weil ich nicht gedacht habe, dass ich jetzt irgendwie noch ein Pokémon fange. Großartig heute. Schauen wir mal unter der letzten Folge die Oncam. Der Meganger habe ich schon. Da ist ein Name, den wir nehmen können. Oh, jetzt habt ihr das, jetzt habt ihr gesehen, ne? Jetzt habt ihr alles gesehen. So. Ey. Oh, da muss ich ja auch noch tippen. Ja. Ja. Oh. Perfekt. Wie soll Latif heißen? Bist du mit dem Spitznamen asking Lara zufrieden? Ja. Ach, Lara klammert Latias nicht. Was? Latias nicht? Ich sehe nichts mehr. Hier, ich habe etwas für dich. Bekomme ich jetzt noch einen Keks oder so? Anstellen. Hat sich das angehört. Es ist aber halt mega armreif. Mega armreif. Kann ich jetzt mega Entwicklung machen, Mann? Wenn du diesen mega armreif trägst und eng mit einem Pokémon in diesem Team befreundet bist, das eine passende Mega stellenweise trägt, kannst du bei ihm eine außergewöhnliche Form der Entwicklung auslösen. Die Mega-Entwicklung. Okay. Okay, gut. Muss ich mir im nächsten Kampf mal ausprobieren. Lass uns zurückkehren. Ja, machen wir das mal. Endlich nach Hause, Mann. Hey, ich habe deine Freundin in einen kleinen Pokéball gequetscht. Eins. Gute Abort, Mr. Morgan. Schwa! Schwa! Wenn ich mich dran decke, nehme ich die Folge einfach nur Schwa oder so. Okay, auf geht's. Wir müssen weiter. Hau rein. Da haben wir das Level 30. Da haben wir Level 30, Mann. Nein, 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 nein. Krieg dich. War auch nicht. So. Ich will jetzt noch einen Kampf machen, bevor wir die Folge gleich beenden, denn die Folge ist viel passiert. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Aber ich will noch einen Kampf machen. Mit Asken Lara. Mega Entwicklung. Hallo? Ja? Keine Ahnung. Machen wir mal. Oh, jetzt. Oh, jetzt. Asken Lara. Digitiert. Alter. Alter. Ein Flugzeug. Alter. Ist fehlgeschlagen. Gut. Aber es sah episch aus. Machen wir mal Feuer, Odem. Ich will mal auf, mir Schaden zu machen. Ich will unbedingt wissen, wie die Megaentwicklung halt aussieht. Weil den Pokémon schon geil. Okay. Joschka wurde besiegt. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Pokémon Alpha HD Saphir LP. Bis zur Dame. Und danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Gibt es mir einen Kommentar. Ja, ich konnte es auch noch bequenzen, da geht ja alles. Ciao.